Die Weingärtner Klebronn-Güblingen sind dieses Jahr beste Weingärtnergenossenschaft Württembergs und drittbeste in Deutschland geworden. Herzlichen Glückwunsch an den Kellermeister Andreas Reichert. Vielen Dank. Ihr Weißburgunder Emotion CG ist der beste Weißwein der Probe. Was zeichnet Weißburgunder für Premium-Weine aus? Ich denke, Weißburgunder zeichnen sich dadurch aus, dass er eben im Gegensatz zu anderen Weißweinsorten immer elegant bleibt. Das versuchen wir auch in dem Bereich, dass er, egal an welcher Qualität er erzeugt wird, nie an Frische verliert, nie an Eleganz und dementsprechend auch immer Spaß macht und nie satt macht oder plump wirken soll. Mit einem Riesling ist noch ein Wein von Klebronn-Güblingen top bewertet. Stört es, dass man manchmal von der Weißwein-Winzergenossenschaft Württembergs spricht? Ja, stören ist übertrieben. Wir haben schon die ersten Jahre, hat uns das auch sehr viel geholfen, weil wir eben sehr schnell einen Erfolg gehabt haben. Viel schneller, als wenn es mit Rotwein gegangen wäre. Wir hatten auch intern schon immer die Diskussion, sind unsere Rotweine gut genug? Wir hatten jetzt auch viele Vergleichsverkostungen im Rotweinbereich und sind da auch immer dann danach sehr zufrieden rausgegangen. Von dem her, ich glaube, wir sind da auch auf einem guten Weg, da eine Pari herzustellen. Prima. Lässt dich schon irgendwas zum jetzigen Zeitpunkt, Ende August, zum Herbst 2021 sagen? Ja, gut, die Wettersituation kennen wir alle, die wird es nicht einfacher machen. Die Voraussetzungen sind da, dass es ein sehr schwieriger Herbst werden könnte, auf jeden Fall. Aber ich denke, entscheidend ist nachher das Wetter während der Ernte. Wenn es da trocken bleibt, sehe ich noch keine Probleme. Aber wenn es da auch so feucht bleibt wie jetzt der Rest, Sommer, dann wird es eine große Aufgabe, dass wir die Trauben gesund und reif ins Haus bekommen. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg bei der Aufgabe. Herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank.